einen wunderschönen guten tag an alle noch so ein video was macht ein grüßbauer am wochenende wenn er frei hat samstags zwischen den ostern der tut mal einen schönen grill machen bei den schwiegereltern die gesender sind auch da spielen alle bei den schwiegereltern schönen grill machen da kommt noch ein kamera weg kommt ein bisschen fleisch drauf schönen schaschlik von daher ist alles gut also ich wünsche euch was schönes wochenende an alle bauarbeiter man sieht sich